Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist ein Paket bei mir eingetroffen, wo ich keine Ahnung habe, was drin ist. Bugs hat mir nur geschrieben, Claudi, bereite dich drauf vor, dich erwartet ein Paket. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen dieses, es ist wirklich schwer, dieses Paket auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Bugs ist eine liebe Zuschauerin von mir und ja, sie hatte einfach Bock drauf, mir was zu schicken. Ich habe auch schon gesehen, dass sie an die liebe Unbox Butterfly Nicole, also an die liebe Nicole, ein Paket geschickt hat und ja, das war ein krasses Paket, was du ihr geschickt hast. Ich habe ein bisschen Angst davor, was hier drin ist. Sie hat mir auch schon Instruktionen geschickt, wie ich das Paket am besten auspacke. Problem, auf dem Weg zu mir ist das Paket ein bisschen beschädigt worden, obwohl der Weg von ihr zu mir nicht der allerweiteste ist, wenn ich so ihre Adresse sehe. Aber ja, Hermes hat da wohl irgendwie was kaputt gekriegt und da ist gerade eine Spinne neben euch, Leute. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Hier, seht ihr die? Ne, die ist so winzig klein, die sieht man nicht, ne? So, jetzt ist sie auf mir oder auf dem Boden? Ich weiß es nicht. Die ist ziemlich klein. Ne, hier ist sie. Hallo? Geh doch auf den Boden. Nicht auf mich. Oder geh in den Müll. So. Unglaublich, diese Spinnen. Ganz schön anhänglich. Okay, also, ich mache jetzt erstmal das Paket auf und gucke mal, wie das jetzt hier drinnen aussieht. Oh, das ist für Sammy. Deswegen wird er sich hier gerade vor meine Füße hingelegt. Von Hurat oder Hurado. Cookies. Lachshundekekse in ihrer leckersten Form. Leute, hier ist einfach mal ein Foto von Sammy mit drauf. Wie unfassbar niedlich ist das denn bitte? Oh, Bax, das ist echt schön. Süß. Hurado. Die sitzen in Berlin. Sammy, möchtest du einen probieren? Oh, die sehen aber lecker aus. Also, richtig lecker. So, schauen die aus. Und die riechen richtig angenehm nach Lachs. Sammy hat sich jetzt unter meinen Tisch verkrümelt. Es ist jetzt ein bisschen schwer, den darunter herzulocken. Möchtest du einen haben? Möchtest du einen haben? Probieren? Ja, das ist für dich. Haps. Er wird erstmal angestarrt. Ja, und jetzt wird er schnabuliert. Süß. Also, vielen, vielen Dank. Das finde ich echt cool. Also, dieses mit Fisch ist auch immer eine ganz gute Geschichte, weil das relativ gesund ist auch für die Hunde. So. Sie hat geschrieben, erst die Box auspacken, aber ich sehe noch keine Box. Deswegen gehe ich einfach von oben nach unten durch. Hier haben wir das nächste. Oh mein Gott. Wie geil bist du denn? Das ist eine Tasse. Me time. Da bin ich einfach drauf. Und auf der anderen Seite ist Sammy drauf. I love you. Oh, ist das niedlich. Me time. I love you. Dankeschön. Oh, das ist ja echt süß. Das hat sie irgendwie selber gemacht. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Oh, ist das niedlich. Das ist Sammy. Du bist da drauf. Und der guckt gerade genauso wie da. Mehr. Oh, das ist geil. Das ist ein relativ aktuelles Foto von Instagram von mir. Also, richtig geil. Cool. Du kreativer Mensch, du. Danke. Okay. Ups. Ich sehe eine Box. Erst die Box, hat sie gesagt. Kann ich den Karton nämlich auch mal zur Seite stellen. Da ist ein bisschen was abgefallen. Da war irgendwo so ein Blinky jetzt mit drauf. Und irgendwo war so ein Eckblinky auch mit drauf. Das ist leider... Ah, das müsste aber auf der Box auch gewesen sein. Das ist leider abgefallen. Das war auch relativ heiß natürlich auf dem Weg zu mir. Also, es ist jetzt ja gerade Sommer. Aber es ist so schön. Ich glaube, das war hier alles mit drauf. Oh, guck mal. Das hat sie so süß gemacht. Wie cool ist das bitte? Wie kann ich die denn auspacken? Und ich kann dieses Heftchen auch rausziehen, hat sie gesagt. Dann fällt aber alles hier runter. Oh mein Gott. Okay. Oh, ist das süß. Dann kann ich das Heftchen mir angucken, hat sie gesagt. Oh, du bist so geil. Da sind ganz viele Bilder von meinen Augenluchs drin. Und mein... Wie geil bist du bitte? Meine Augenluchs. Da sieht man, wie das Ganze sich so entwickelt hat im Laufe der Zeit, ne? Oh, Wahnsinn. Wie cool. Da sind ganz viele Augen von Claudi drin, Sammy. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ja cool. Dankeschön. So, und jetzt versuche ich die Box mal irgendwie aufzukriegen. Huch. Was ist hier so ein Lippenstift? Wie niedlich. Ich habe sie selber so gebastelt. Und das fällt hier leider auch runter. Das ist eine Lichtschattenpalette. Das passt. Ah, das ist magnetisch. Okay. Hier haben wir dann ein Seidenschleifchen. Ja, und ein Seidenpapier. Das mache ich einmal auf. Wish Art Bugs Werner. Ich verlinke euch auch mal super gerne ihr Instagram-Profil unten in der Infobox. Genau. Dann habt ihr nämlich da einmal die komplette Kreativität von ihr. Und hier haben wir einmal, huch, wie die Box so von innen aussieht. Okay, wir haben hier als erstes etwas drin. Handyhalter Sammy Deluxe hat sie draufgeschrieben. Ja, ja. Sammy Deluxe sagt mein Freund auch manchmal zu Sammy tatsächlich. Sammy Deluxe. Okay. Wie funktioniert das? Das weiß ich noch nicht. Das ist selber hergestellt. Das ist ja cool. Ich denke, dass man dieses Teil dann hier reinsteckt. Und dann... Oh, ist das süß. Und dann habe ich hier ein Bild von Sammy mit dabei. Hier unten steht auch Sammy drauf. Oh, wie süß. Und dann kann ich mein Handy nehmen. Das da irgendwie drauf machen. Das finde ich ja cool. Also das finde ich richtig schön. Da habe ich überall Sammy drauf. Voll cool. Dankeschön. Ich muss nur herausfinden, wie rum man das jetzt genau reinmachen muss. Wahrscheinlich... Weiß ich nicht, oder so rum? Warte. Das ergibt auf jeden Fall mehr Sinn, ne? Dass ich das hier hinten als Ständer habe. tatsächlich und dann hier vorne so mein Handy reinmache und dann hält das auch besser. Definitiv. Cool. Und dann kann man da unten auch noch tatsächlich dann das Ladekabel durchführen und so. Das finde ich richtig cool. Oh, hier ist ein Herz drin. Das sind... Das sind Beauty-Schwämmchen. Wie geil. Das ist süß. Zwei Make-up-Eier. Wie geil. Als Herz. Voll süß. Ne? Und dann halt so zusammen. Das finde ich echt niedlich. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich gar nicht weiß, womit ich sowas verdient habe. Ich mache doch hier einfach nur ein paar Videos und stelle die online von meinem alltäglichen Wahnsinn, sage ich jetzt einfach mal dazu. Das ist cool. Das finde ich echt cool. Okay. Aber es macht Spaß, ne Simi? Er liegt schon bereit. Vielleicht gibt mir mehr Fräuchen, ne? Handmade with Love. Steht hier auch noch drauf. Das ist so ein kleines Döschen. Hast du das auch selber gemacht? Das finde ich ja schön. Da kann man auch schön Sachen dran aufbewahren. Schmuck zum Beispiel oder so. Aus Metall. Pop, pop, pop. Oh, das ist eine Kerze. Wie schön. Oh, richtig gut. Boah, die riecht total bierig und da steckt auch irgendwie so eine Pflanze drin. Ich sollte euch das vielleicht mal zeigen, ne? Und da ist auch Glitzer mit dabei. Voll cool. Boah, das riecht mega angenehm. Dankeschön. Ja, das macht auch Sinn, dass das gut zu ist, weil ansonsten verfliegt ja auch der Duft. Also das sind richtig geile, geile Sachen. Oh, hier ist so viel drin, Leute. Das ist der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinnwachs. Also ich liebe es ja, wenn Leute auch tatsächlich selber so solche Siegel basteln, ne? Und das hat sie hier tatsächlich auch auf den Produkten drauf. Hier ist so ein Kugelschreiber, den die auch so... Ich weiß gar nicht, wie man diese Technik so nennt. Das ist halt so gegossen, ne? Das sieht richtig schön aus. Und ich schreibe ja auch viel, da steht Claudi drauf. Okay, den kann ich auch safe mit zur Arbeit nehmen. Den wird mir keiner mopsen, weil da mein Name draufsteht. Das sieht ja geil aus. Mit Blinkies! Voll cool! Ich weiß gar nicht, ob man Bugs auch auf Etsy findet oder so, ne? Dass man dann solche Produkte dann auch bei ihr bestellen könnte, dass sie das dann nochmal nachfertigt oder so. Hier habe ich auch was drin, was auch sehr praktisch ist. Das ist ein Lesezeichen. Ich lese ja unheimlich gerne. Zum Beispiel die Bücher von Danny Pelletier. Von ihm habe ich ja auch noch ein Paket stehen. Das ist wahrscheinlich schon online gekommen. Das ist ein Lesezeichen. Ja. Ich nehme euch das... Also das ist die Verpackung. Da haben wir halt ihr Logo quasi, ne? Das B. Voll cool! Und hier haben wir Blüten drin. Oh, schön! Und einen Schlüssel. Hier unten so ein... Äh... Bummel. Voll schön! Richtig, richtig schön. Ich weiß gar nicht... Wie nennt man diese Technik? Ich... Ah... Kenne mich damit irgendwie überhaupt nicht aus. Und ein Schmetterling ist da auch noch drin. Und diese Blumen. Ich glaube, das sind echte Blumen. Boah, ist das schön! Richtig schön! Wahnsinn! 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 Ich bin ein bisschen hin und weg, muss ich gestehen. Sie hatte mich auch nach meiner Lieblingsfarbe gefragt und ich habe ihr Türkis genannt. Und sie hat mir hier die ganzen Sachen auch in Türkis hier reingepackt. Ich bin total überwältigt, Leute, wirklich. Ähm, Belle Spa White Ylang Ylang Bodyspray. Von Etrebell hat sie mir auch noch mit beigelegt. Ein Bodyspray. Ja, Bodysprays, bin ich ehrlich, verwende ich nicht so wirklich. Aber, ähm, so im Sommer für mal zwischendurch. Warum nicht, ne? Wenn der Duft geil ist. Ich rieche da jetzt so nichts raus. Ich rieche hier überall nur die Kerze. Aber das werde ich mal ausprobieren. Ob mir das gefällt. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, Mann! Das ist ein Schlüsselanhänger. Auch wieder mit ihrem B, mit ihrem Siegel drauf. Handmade with love. Das ist ein C. Das ist, äh, ja. Passt, ne? Voll schön. Auch wieder mit so einem Bommel dabei. Eine Quaste nennt man das, glaube ich, ne? Voll schön. Voll, voll schön. Oh, Mann, ey. Wie man so kreativ sein kann. Da komme ich nicht drauf klar. Hier haben wir eine kleine Flaschenpost. Ob sie mir da eine kleine Botschaft hinterlassen hat. Happy Birthday, liebe Claudi. Alles Liebe nachträglich zum Geburtstag. Liebe Grüße Bugs. Das ist ja cool. Ja, es ist schon ein Weilchen her. Aber wir hatten auch schon vor einer Weile geschrieben. Aber das ist ja so süß, ne? Das finde ich echt cool. Also, das ist der kreativste Geburtstagsgruß, den ich bislang bekommen habe. Muss ich gestehen. Denn, also, das ist ja wirklich süß. In so einer Flaschenpost. Dann habe ich hier noch etwas Handmade with love. Oh, das ist so eine schöne Feder. Und da sind ganz viele Blüten drin. Und Kupfer. Und das sieht so hübsch aus. Also, das ist auch wundervoll, um da halt so Ketten reinzumachen. Ohrringe oder, ne? So, so Schlüssel kannst du da auch reinmachen. Mega. So eine schöne Schale. Voll hübsch. Wie macht man sowas? Klar, erstmal die Blumen pressen. Und dann, weil du brauchst ja auch eine Form von dieser Feder oder so. Da hast du wahrscheinlich sogar eine echte Feder genommen. Ich finde sowas bombastisch. Ich bin da gerade voll geflasht. Ich weiß gar nicht. Das ist ja diese Fülle an Produkten, die ich jetzt auf einmal bekomme. Da weiß ich meist einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Außer Dankeschön. Und jetzt geht's weiter. Wahnsinn. Dann habe ich hier von Bilou ein Coco Cocktail 2 in 1 Body Spray. Das kann man auch als Deo verwenden. Das ist, ja, Bilou mag ich super gerne. Kokos mag ich tatsächlich nicht immer als Duft. Aber es passt farblich natürlich. Volle Elle. Oh Mann. Komm, ich glaube hier. Das gehört da wahrscheinlich rein. Leave Me... Nee, Leave on Sleeping Mask von Sense Beauty Hyaluron and Raspberry Extract Vitalizing Mask. Das ist eine, ja, Maske fürs Gesicht wahrscheinlich, die vitalisieren soll. Ich komme nicht klar. Und von Bilou haben wir hier noch was drin. Und zwar, den hatte ich auch schon mal, die Schaumnotion Snow Rose Creme Schaum Mousse Cremeuse. Ja, und das riecht auch super geil. Also das mochte ich auch ganz gerne, als ich das angewendet habe. Also vielen, vielen, vielen Dank. Oh Mann, Bugs, du machst mich total fertig. So, und jetzt gehen wir mal zu den Produkten über, die so außenrum zugelegen haben. Da haben wir einmal dieses hier. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Claudis Gedönse. Oh, du verrückte. Da bin ich einfach drauf, ne? Komme ich nicht drauf klar. 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 Ganz einfach. Komme ich nicht drauf klar. Das ist so eine Tasche. Und da haben wir mein Gedönse drin. Okay, dann gucken wir mal, was mein Gedönse so ist. Mein Gedönse besteht aus einem Kiko Pigment Loose Eyeshadow. Wow, 4 Gramm sind hier enthalten. Ein Lidschattenpigment tatsächlich. Okay. Ich habe vor sowas immer sehr, 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 sehr viel Respekt, muss ich gestehen. Das ist ein wundervoller Farbton. Also so ein lila-blau, blau-lila, weiß ich nicht. Sehr schöne Farbe. Mag ich extrem gerne. Ich habe immer nur ein bisschen Angst wegen Fallout und so weiter, aber ich habe ja auch einen Glitterprimer. Deswegen komme ich damit klar. Noch mehr von Kiko. Ein Long-Lasting Lipstick 8-Hour-Transfer No-Transfer Eyeshadow. Hä? Long-Lasting Stick, nicht Lipstick. Okay. In der Farbe 41. Ein Lidschattenstift. Okay, ich soll aus meiner Komfortzone raustreten. Ich merke das schon. Oh, ist das eine geile Farbe. Oh mein Gott. Das ist auch so ein wunderschönes Türkis. Ich habe letztens bei Jennys Highlights gesehen, dass sie sich so einen geilen Look geschminkt hat. Und zwar hat die hier außen einen Strich gemacht und hat die nach innen so einen Strich gemacht. Hat das Ganze so ein bisschen damit ausgefüllt, hat es festmatscht und hat darüber Lidschatten aufgetragen. Das kann ich mir mit dem hier voll gut vorstellen. Oh mein Gott. Ich bin nur ganz sanft über meine Haut gestriffen. Ist das eine geile Farbe. Wahnsinn. Dankeschön. Okay, noch mehr von Kiko. Beauty Energy Mascara. Okay, das ist eine blaue Mascara. Da geht die Party ab, Leute. Ich sage euch das, ne? Wow. Die hat so ein kegelförmiges Gummibürstchen. Wobei die doch etwas voluminöser ist als nur kegelförmig. Krass. Muss ich ausprobieren. Ist bestimmt auch voll geil am unteren Wimpernkranz, ne? Dann ein Water Eyeshadow. Auch von Kiko. In der Farbe 212. Boah, ist das eine schöne Farbe. Ich mag keine Monolidschatten. Das ist mein Problem. Aber die Farbe ist doch mega. Der muss trotzdem bleiben. Boah. Boah, diese Oberfläche. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie eine Welle. Ist wunderschön. Den kann ich mir auch toll mit dem Lidschattenstift vorstellen, ne? Oh, Gott. Wie schön der ist. Ich raste hier gerade ein kleines bisschen aus. Das tut mir leid. Dann habe ich hier noch drin Long Lasting Stick. Das ist auch wieder ein Lidschattenstift. In der Nummer 31. Das ist so ein schönes Blau. Okay, du möchtest mich also zu einem blauen Look inspirieren. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Aber das hat die gleiche Farbe wie das Pigment. Wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Du machst mich schon ein bisschen fertig, ne? Ein Handsanitizer. Das ist so ein Sprühvieh für die Hände. Damit man halt, ne? Einfach so zwischendurch ein bisschen Desinfektion hat und so weiter. Von Pukator ist das. Ein Refillable Handsanitizer. Und, ja. Sowas brauchen wir natürlich aktuell sehr viel. Die hat sie mir allerhand Masken geschickt. Eine Aftersun Facial Mask Refreshes and Hydrates. Eine, ja, Gesichtsmaske. Das ist richtig cool. Kann ich gut gebrauchen. Werde ich auch demnächst verwenden. Eine Blaubeermaske von Rortec. Ich weiß es nicht. Sensitive Skin Soft and Full of Glory. Also das gibt mir Strahlkraft. Das ist eine koreanische Maske. Dann einmal mit Honig. Also mir sagt die Marke ehrlich gesagt gar nichts. Das finde ich auch immer toll. Ich mag gerne Honigmasken, weil das immer so antiseptisch ist und echt gut wirkt bei mir. Von Jeanne & Len ohne Gedöns. Eine feuchtigkeitsspendende Maske. Vegan, pflegt intensiv und erfrischt. Mit Aloe Vera und Gurke. Das ist so ein Zweier-Saché. Das finde ich auch klasse. Also vielen, vielen Dank. Kann ich auf jeden Fall richtig gut gebrauchen. Ach Gott. Ich bin so hart überfordert gerade, Leute. Okay. Sie hat mir auch einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich den schon aufmachen darf, aber ich denke schon, der ist hier drin. Sleeping Beauty. Hast du eine schöne Handschrift? Liebe Claudi, ich könnte einen ganzen Roman schreiben, aber ich verschone dich mit Dingen, die du schon oft gehört hast. Ich hoffe, die Bugsbox, das blaue Wunder, das blaue Wunder, du wirst ein blaues Wunder erleben, Claudis Sonderedition gefällt dir. Es ist für die vielen Momente, wo du mich mit deinem Gedönse zum Lachen bringst und die lieben Nachrichten. Bleib so, wie du bist, denn du bist wie ein Sonnenstrahl, wenn du lachst. Liebe Grüße, Bugs. Dankeschön. Richtig geiles Papier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hugs, ich weiß es wirklich nicht. Okay, ich habe hier noch ein Paket, was wir mal auspacken. Hier haben wir eine Kosmetiktasche. Handmade with love. Die hat hier vorne so einen Knopf und dann kann man die so aufmachen. Zuallererst haben wir hier ein kleines Säckchen. Das hat die alle selber gemacht. Leute, das muss man sich mal reinziehen. Das ist so viel Liebe, wenn man Handarbeiten macht und so. Das ist unglaublich. Oh wow. Oh wow. Das sind so Armbänder. Kann ich ja mal direkt ummachen. Oh, das ist richtig geil. Ich liebe diesen Bowhole-Style. Das ist so schön. Dankeschön. Und dann habe ich hier so eine buddhistische Hand, das ist es, glaube ich. Und eine Quaste. Das ist richtig schön gemacht. Megageil. Gefällt mir extrem gut. Dann habe ich hier noch so eine Kette mit dabei. Das ist so eine Muschel. Meine Oma hatte damals immer so eine Muschel, weiß ich, im Wohnzimmer liegen. Und dann bin ich als kleines Kind immer hingegangen und habe die ans Ohr gehalten, um das Meeresrauschen zu hören. Hört man da was? Ich höre nichts. Ist wahrscheinlich auch zu klein, ne? Aber richtig cool. Kann man die um? Natürlich kann man eine Kette umtun, glaube ich. Die Frage ist nur, ob du das hinbekommst mit deinen langen Zörteln hinten dran. Das finde ich übrigens praktisch, dass ich hier die Öse sehen kann. Gefällt mir. Ist eine Statement-Kette tatsächlich, ne? Weil der Anhänger doch sehr, sehr groß ist. Aber ich mag es. Okay, in diesem Täschchen befinden sich aber noch viel, viel mehr andere Sachen. Das ist von Gekomo. Sagt mir nicht. Queens Diamond Crystal Liquid Eyeliner. Okay. Das ist auch irgendwas asiatisches, koreanisches. Nummer 4 steht hier hinten drauf. Ich bin einfach überfordert. Einfach überfordert. Oh mein Gott, ist der schön. Oh. Guck mal. Ist das nicht der Wahnsinn? Was ist das für eine geile Verpackung? Ich liebe Eyeliner. Ich trage gefühlt jeden Tag Eyeliner. Das kann man so sich an die Tasche machen oder so. Wo drehe ich den auf? Ich will den nicht kaputt machen. Ah. Oh, er ist blau. Okay. Okay. Er ist blau. Er ist definitiv blau. Krass. Okay. Das ist ein schöner Filz-Eyeliner. Hammer. Der ist so schön. Ich komme da nicht drauf klar. Null. Okay. CDE Highlight. Ein Smart Girl Reading Blush. Ich kenne diese Marken nicht. Das ist so geil gerade. Nummer eins steht hier drauf. Echt hübsche Verpackung. Mag ich gerne. Leiden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Bax, du machst mich echt fertig. Guckt euch mal dieses wunderschöne. Guckt euch mal dieses wunderschöne Pressing an. Ich weiß nicht, was ich nicht sagen soll. Hier ist noch mehr drin. Amsel Temptation Roll Become Warped Thick Curling. Das ist eine Mascara wahrscheinlich, oder? Schaut so aus. Oh. Das sieht so geil aus. Ich raste auf. Oh mein. Also, da kann ich nicht viel zu sagen. Das ist Samt außen drum zu. Also so samtartig. Dann hat man hier eine Mascara. Das ist eine schwarze Mascara. Mit einem Gummibürstchen. Es ist das. Es ist das. Ich weiß nicht. Oh, danke. Es ist mehr. Hm. Eine Palette. Romantic Color Professional Makeup. 03 ist die Farbe. Ich zitter richtig, Leute. Weil ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach... Und ich schwitze gerade, weil ich so aufgeregt bin. Das ist so bekloppt. Es ist hier übrigens mit einer blunden Lady vorne drauf. Mega hübsch. Also es sagt mir nichts, diese Marke. Ich muss die unbedingt googeln. Ich kenne die nicht, ne? Also diese ganzen Marken, das ist alles irgendwie asiatisch, koreanisch. Perfect Makeup Studio ist hier die Marke. Und da haben wir auch wieder die Lady drauf. Nein. Oh, ist die schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist die schön. Ich weiß nicht. Ich muss eben die Folie abmachen. Dann seht ihr das auch genauso, wie ich das sehe. Das ist ja Wahnsinn. Nein, ist das schön. Nein. Nein. Oh, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wax, danke, danke, danke. Die ist zu schade, um da reinzugehen, um sie zu verwenden. Die ist wunderschön. Du kannst den Ton hier in der Mitte auch safe als Blush verwenden und die beiden Töne als Highlighter. Ich mag die gar nicht swatchen, Leute. Da werden wir uns mal mit schminken. Das ist ja Wahnsinn. Wie schön, ey. Blumen sind da drin, Vögel, Bäume. Wahnsinn. Wahnsinn. Danke. Danke. Scheiß die Wand an. Komme ich nicht mit klar. Es war übrigens, das ist gerade irgendwie untergegangen, auch noch ein weiterer Anhänger mit da drin in dem Schmuckpaket, wo auch die Armbänder drin waren. Ich bin einfach überfordert, Leute, wirklich. Den kann man auch alternativ so als Kettenanhänger zum Beispiel verwenden. Der ist so richtig meeresmäßig. Da habe ich hier so ein kleines Seepferdchen und auf der anderen Seite haben wir so Gold. Okay, okay, okay. Ich mache mir eben meine Haare mal nach hinten, weil mir gerade tatsächlich so warm wird vor Freude, vor Scham irgendwie auch ein Stück weit. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ey. Ich habe hier auch noch ein paar Bilder, die ich euch zeigen wollte, die auch in dem Paket mit drin waren. Sie hat ja selber die Marke Wishart Bugs. Und hier haben wir einmal eine Lady, das malt sie ja selber, ne. Das ist so schön. Ich finde diese Kunst unglaublich. Also das gefällt mir richtig gut. Hier haben wir dann auch noch eine Lady. Wunderschön diese Frau. Ne, ich kann sowas nicht. Ich bin immer beeindruckt und begeistert, wenn Leute sowas können. Und so schöne Frauen auch einfach, ne. Wunderschön. Wow. Okay. Ich habe hier noch zwei Tüten, die wir jetzt einmal auspacken. So, hier haben wir das erste. Okay. Das ist ein Oberteil. Oh, sehr sexy, muss ich sagen. Sehr schön, tatsächlich. Das werde ich demnächst mal anprobieren. Ich weiß aber nicht, ob ich das im Video tragen werde, weil das doch sehr aufreizend ist hier, ne. Aber schön. Also das ist ja hier so gehäkelt. Und gestrickt ist es, glaube ich, auch, ne. Dann hat man hier auch so Blinkies mit dran. Und das ist schon richtig schön. Also das ist ein tolles, ja, Sommertopf, würde ich dazu sagen. Richtig schön. Und diese Perlen da dran, das ist ja hübsch. Also, ich kann sowas nicht. Und ich bin begeistert von Leuten, die sowas können. Das ist richtig schön, ne. Also das ist hübsch. Bugs, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur hin und weg. Ich bin geflasht. Und mir fehlen die Worte gerade einfach. Es fällt mir gerade einfach schwer. Okay. Und jetzt haben wir hier ein extrem schweres Paket. Wish Art Bugs Werner steht hier auch drauf. Und jetzt haben wir hier ein extrem schweres Paket. Haben wir einmal ein Täschchen. Und da hat sie mir ein Buch reingelegt. Wie cool. Rüdiger Dahlke, die Notfallapotheke für die Seele. Heilende Übungen und Meditation. Vielen, vielen Dank. Sowas kann ich von Herzen aktuell sehr, sehr gut gebrauchen. Sehr schön. Richtig geil. Die Botschaften der Seele sind ein Hilfeschrei, etwas im Leben zu verändern. Der bekannte Arzt und Therapeut Rüdiger Dahlke klärt auf, welche Probleme sich hinter Angst, Burnout, Trauer oder Kränkung verbergen können. Und leitet zu heilenden Übungen, Entspannungstechniken und Meditationen an. So lernen sie, eigene Bedürfnisse besser wahrzunehmen, belastendes loszulassen und die Freude am Leben wieder zu gewinnen. Ja, so, so, ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wachs, echt jetzt. Ich weiß es nicht. Dankeschön. Und hier hinten hat sie mir auch noch ein Bild drauf gemacht. Das ist auch wirklich eine schöne Tasche, dass wenn man so draußen, also ich liege oft in der Hängematte und lese ein Buch und dann kann man das schön da reinpacken, ne? Ist echt toll. Kannst du aber auch für alles Mögliche verwenden, ne? Dankeschön. Mann, und dann hat sie hier mir noch ein weiteres Buch mit reingepackt und da ist eine Buchhülle drumherum. Oh, du bist so geil. Claudis Schmöker. Liebe Grüße gehen raus an Danny Pelletier an dieser Stelle. Wie süß ist das denn? Da hat sie auch ein Bild von mir genommen auf Insta. Wie geil. Meine Ma hat letztens auch das Bild von mir gesehen und hat sich dann auch kaputt gelacht und sagte, Mensch, was hast du denn da für ein Buch gelesen? Und dann habe ich ihr das mal hier von mir an die Hand gegeben und hat sie den Klappentext gelesen und sagte, wow, was liest du denn? Ja, ne? Wahnsinn. Was haben wir denn hier für ein Buch drin? Also das finde ich super praktisch, ne? Weil gerade, wenn ich jetzt so draußen liege, meine Hände schwitzen und so weiter, dann kommt das ganz gut. Bin sehr gespannt, welches Buch du mir da empfiehlst. Von Stephen L. Carter. Schachmatt. Ein Roman. Okay. Sagt mir noch nichts. Wir suchen mal eben den Klappentext raus. Das kommt auch gleich wieder rein. Als der geachtete Richter Geachtete? Okay. Als der geachtete Richter Oliver Garland überraschend stirbt, ist sein Sohn Talcott überzeugt, dass sein schwaches Herz den Tod verursachte. Doch warum wird Talcott ständig nach den Vorkehrungen gefragt, die sein Vater für den Fall seines Todes getroffen haben soll? Warum wird er verfolgt? Und warum fehlen zwei Schachfiguren auf dem sorgsamen, gehüteten Schachbrett des Richters? Als ein zweiter Mann tot aufgefunden wird, sieht sich Talcott hineingezogen in die dunkle Vergangenheit seines Vaters. Und dabei setzt er alles aufs Spiel. Seine Ehe, seinen Ruf und sein Leben. Mit der Raffinesse eines Schachspiels, bei dem nur ein Zug auf den anderen folgen kann, spürt Stephen Carter durch den Plot voller Intrigen, Fragen und Fallstrecke. Okay, bin ich sehr gespannt drauf. Also vielen, vielen, vielen Dank. Arschwitzig. Da ein Foto von mir draufzupacken. Wax, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bedanke mich von Herzen. Und das ist ein super herzliches Paket gewesen, was wie Arsch auf Eimer zu mir passt. So geile Sachen. In Handarbeit hergestellt. Nur für mich. Ich versuche nicht allzu emotional zu werden, aber es trifft mich sehr. Ich finde, das ist unglaublich schön. Du hast es echt gut getroffen. Und ja, danke. Ich kann nicht mehr sagen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie ich so ein Video beenden soll. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schaut beide lieben Bugs vorbei. Ich verlinke euch alles von ihr unten in der Infobox. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal. Ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.